nein Matze und Granaten das ist es wieder Alter wo ist er denn hergekommen was ist das was ist denn das hier wir kommen was gefahren der PTR auch hier ich ne ich gebe meine Deckung hier das ist mir nicht geheuer na gut lief gerade ein bisschen unglücklich mit den Goons ähm ja eigentlich auch nicht damit gerechnet dass die mir so weit hinterher rennen Alter das ist schon die wirst du nicht mehr los die Hunde die wirst du nicht mehr los ne ich hau hier am besten ab nicht dass die wieder hier hinten ihr unwesend bleiben Alter ob eigentlich die Wahrscheinlichkeit höher ist ne ich glaube es ist alles gleich oder wie im normalen pvp-Modus aber wir müssten mal hinter uns wenn wir schon hier sind können wir hinter uns da steht doch meistens meistens die Unterrüstung also wenn es einen Spot gibt wo dieses Ding sehr gern sehr gut zu finden ist dann ist es da hinten im komischen Dorf naja ein bisschen Loot XP haben wir im letzten Raid mit rausgeschleppt mehr nicht hat gereicht für 500 XP Junge 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 das war eine Erfahrung ähm ich brauch die Guns aber auch erst wenn ich die Quest habe vorher nicht Büsche sehen irgendwie anders aus ist jetzt hier irgendwie Frühling in Tarkov doch zu viel in dem Stash ähm es scheint Frühling zu sein ne die Büsche sind noch nicht in ihrer vollen Pracht erblüht oder ergrünt die controlar ähm 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 Das war's. Das ist da einer. Auch hier diese roten Sträucher, diese roten Pflanzen. Das ist da einer. 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 Das ist da. Das ist da einer. Das ist da einer. Das ist da einer. Dankeschön. Das ist da. Das ist da einer. 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 Das ist da. 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 Was ist das? Ich kann das nicht mal zu. Alter, wo ist er denn hergekommen? Sag mal. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Junge, Junge. Junge, Junge. 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 Was ist das? Was ist denn das hier? Hier kommt was gefahren. Der PDR, auch hier. Ich gebe mal in Deckung hier, das ist mir nicht geheuer. Alter, seit wann das denn? Hey, seit wann fährt denn hier was rum? Ich gebe mal in Deckung hier, das ist mir nicht geheuer. Das ist mir nicht geheuer, die ganze Sache hier. Was ist das? Okay. Das war's für heute. Was? Neun Minuten? Was ist denn hier los? Mann, so ein Scheiß. Jetzt muss ich in den Jägers Lager rennen. Dann haben wir, glaube ich, auch Outwards nur als Exit. Das wird sportlich jetzt. Lass mich da noch mal ein paar Skeps treffen, dann... Wo ist das? Scheiße. Ich muss los jetzt hier. Alter, die machen ernst. Ich muss hier weg. Ich hab noch gar nicht drauf geachtet, wie viel Zeit man hier hat. Kann das jetzt nicht sonst mal 40 Minuten oder so was? Theoretisch sollten wir uns schlafen. Easy sozusagen. Schnell durch die Sägemühle. Das könnte vielleicht auch nochmal brenzlig werden. Hat man denn PvE weniger Zeit für einen Raid? Ich meine, könnte ich mir vorstellen, weil du ja mit relativ wenig Widerstand rechnen kannst. Also davon abgesehen, also wenn jetzt die Wunskummer oder sowas, die Aschkarte, aber... In der Regel ist es ja... Einfach. Der macht mir Angst. Ohne Witz. Das Ding macht mir Angst. Mal gucken, ob hier eine Keycard rumliegt. Ich muss das Ding machen. Nee, macht es nicht. Von MRE. Ist hier noch ein Schlüssel drin? haben die nicht mehr alle lachen am zaun die Komm schon, komm schon! Oh Mann, nein! Menschenskind! Komm schon, komm schon!